Huuuuh So Ich hab beim Zauberer habe ich zwei bei der demon habe ich ein und beim krieger habe ich beim ritter habe ich auch zwei Hier brauche ich drei Beim hammer brauche ich zwei Nämlich dann ist der hammer stärker bei der demon habe ich ein da bräuchte zwei und da brauche ich zwei okay Bei den planken brauche ich bestimmt auch drei sei ich doch war mir klar Wenn ich verarschen So macht man das habt ihr gesehen ja plankenaktion Halt Huuuuh 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 Geronimo Huuuuh 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 Kann ich mich hier hinstellen und dann kann ich da rauf hüppen und dann kann ich So hüppen Geil Och Leute Hups Au Das tut weh wenn man so eine plank auf den kopf kriegt Kann ganz schön weh tun Huuuuh Huuuuuuh Huuuuh 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 Wollt ihr mir jetzt damit sagen dass ich zu weit weg bin Nein! Nein! ich muss mich gerade tierisch ein ab konzentrieren dass ich bei dem jump and run ziel auch vernünftig springe dann gehe einfach tot geschafft für den zweiten angriff halten ach so verstehe halt kann ich mit dem ritter unter wasser schlagen sprich richtig hoch hin doch kann was bringt mir nichts Also ich bräuchte jetzt hier... So, ich muss erstmal wieder hier. Und wir kisten, dass ich da hochkomme. Das hätte man auch einem sagen können. Verdammt! Verdammt! Au! Was ist das denn? Das ist doch unfair! Oh, das ist jetzt unfair! Das war unfair! Jaaa, ich hab ihn! So! Genug gespielt! Ähm... Super! Hab ich ja richtig gut hingekriegt! Das Problem ist, wenn ich jetzt da langjumpe... Jumpe ich in den Tod! Ich lass' es! Ha! Gut, dass ich's gelassen hab! So, ich nehm' jetzt mal den Krieger, weil hier anscheinend... Bösewichte kommen! Ja! Ja! Das ist doch scheiße! Och, Leute! Ah! Ja... Wann ist das? Ja! Haha! Ja! Ja! Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht findest! Ja! Ich weiß nicht, was ich nicht findest! Oh, okay. BATS! In your face! Ah! Ach, da oben ist... Da oben ist die nächste Perle, warte. So. Jetzt können wir uns konzentrieren. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Ja, aber es muss doch... Funktionieren. Müssen wir was anders machen. Monsieur Magier! Ich bin natürlich ein geiler Typ. Lass die Planke gleich los. So. Ach! Mein Gott, wird mir warm hier. An manchen Stellen nicht gerade einfach. Aber es ist... Mann! Alter! Oh! 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 Alter, bin ich gut! Oh! Bin ich gut! Der Jump-and-Run-Part war gerade special! Oh! 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.